Guck mal, der Shopping-District finde ich ist auch krass. Digga, dieser glure Kopf, dass wir den nicht abreißen durften wegen Repass. Boah, Auftragskiller-Shop. Ich schwöre, der Turm ist krass. Ich gucke jetzt, ob ich einen Auftrag habe. Keiner. Keiner will einen Auftrag. Keiner will, dass ich jemanden töte. Keiner juckt sich für mich. Scheiße. Ja, und das war es auch da wieder mit dem unlustigen...